Hallo Dynamo-Fans! Jetzt ist es da! Jetzt ist es da! Koch macht das 1 zu 0 für die Dynamos! Der Ball kommt auf Hormakon! 1, 2, 3 und 4! 91, 04 und jetzt 2011 und jetzt hauen wir wieder rein! Mit dem Herz am rechten Fleck und der Leidenschaft in Beinen werden wir 2. Liga sein! Da ist er drin! Da ist er drin! 3 zu 2 für Dynamo-Dresden! Schahin war's zum zweiten Mal! Junge, Junge, auch das waren Gezitter, auch das waren Gewürge! Wir wollen gewinnen und wir wollen aufsteigen. Punkt! Schwarz-Gelb ist die Farbe, Schwarz-Gelb ist mein Verein Dynamo-Dresden muss es sein! Mit Stolz in der Brust und mit Temperament im Bein werden wir 2. Liga sein! Meine Güte, haut der da mal einen Streit raus! Wahnsinns-Ding! Oh, war das Ding! Schwarz-Gelb ist die Farbe, Schwarz-Gelb ist mein Verein Dynamo-Dresden muss es sein! Und jetzt alle Daumen drücken! Wir schaffen das mit Radio Dresden, das Aufstiegsradio! Das Aufstiegsradio! Das Aufstiegsradio!